eigentlich ist das keine gute option wenn ich hinter dir her laufe höchstwahrscheinlich glaube ich dir gleich wieder den kill ja wo sind die denn wenn ich mir überlegen ob ich gleich wenn der kampf beginnt einfach weiter läuft ja und dann sterbe ich wegen dir ja aber ich habe dir den kill nicht geklaut nee aber noch schlimmeres begangen du hast mich sterben lassen ja sagte doch willkommen kann man schnell die mitte jetzt mal spaß beiseite sonst ist der turm gleich weg jetzt mal seite an die spaß bin unterwegs ich laufe die sind alle im jungle na warten bis wir uns hier vornudeln um da dann rauszukommen ich habe gehört ich weiß nicht ob das stimmt weil es ist wieder so liegt der natürlich auch nicht wahr sein kann dass ein held kommen soll der so eine art totenbeschwörer ist und der soll tote minions wiederbeleben können die dann für ihn kämpfen das wäre voll neu ist also hört sich nicht schlecht an aber was will er machen wenn keine minions da ist dann ja nur eine von vielen fähigkeiten die da dann hat alter du nudel du nudel alter 10 001 die dürfen ich bin immer kurz zu ich muss dann sie hörte ich bin also ja ich habe nicht viel leben ich habe nie viel leben ich habe kein deleben wie haben bei dies muss man sowieso immer vorsichtig sein wenn es sind halt informationen die irgendeiner raushaut aber unbestätigt halt ja das stimmt diese insider immer okay ja gut man sollte auch treffen aber sonst ist kein problem eigentlich ja wo seien ihr alle nach so du ist noch tot ich bin gerade offen wie mine ziemlich ausgeglichen das match muss man mal sagen ja macht auf jeden fall spaß das kann man schon mal sagen normalerweise hat man das ja wirklich dass du entweder gleich am anfang einsteckst oder gleich am anfang den gegnern halt ordentlich rein drückt und hier ist es sehr ausgeglichen muss man sagen am anfang haben die uns auch recht geschadet da aber da haben wir uns eigentlich auch recht gut gefangen es war halt wieder so ja wir sind 50.000 leuten wenn du kalari sie ist jetzt auch mal anderes thema nur kalari sie sagt bescheid ich habe da noch eine rechnung rufen es hat man nicht bezahlt ich verzöhnen dass sie werden ich einmal bezahlt zu deiner rechnungen wir müssen das ist das ist eine ganz besondere rechnung so schnell zum midi ich bin hinter dir das war mal wieder klar hat soll ich dazu jetzt sagen dann läuft man wieder den bruder seine drohne hält so viel aus ja ich glaube hat man nicht im trailer gesehen dass man die drohne auch selbst lenken kann sei irgendwie so aus da bin ich auch irgendwie von kurzzeitig so gedacht hey man kann die drohne steuern nice ich dachte auch irgendwie dass das ist so eine wie im black ops 3 so eine kleine talent ist die du dann raus schickst und dann kannst du damit im bestimmten bereich ein bisschen rumballern also zum beispiel dich hier so hinstellt in den turm und dann die die da vorne sind kannst du dann auch sicherer entfernung abballern oder selbst der menschen aber das wäre wahrscheinlich wieder op gewesen das kann man natürlich dann eingleich mit den damage herausgehauen wird und sowas ja schon aber es gibt wieder leute die beschweren sich zu was soll der scheiß dies und das kennt man ja im trailer sah die waffe auch aus wie ein richtiges maschinengewehr ich hatte mich da echt schon gefreut dass er jetzt ein schütze rauskommen wo ich unendlich viel angriffsgeschwindigkeit macht oder dann kommt also einfach so durch ballern aber maschinengewehr wieder mit der angriffsgeschwindigkeit werden auch wieder zwei sachen seien die nicht zusammen passen obwohl man etwas machen können dass er einfach dann einen schuss abschießt und dazwischen sind dann immer sekunden wartezeit wenn du die angriffsgeschwindigkeit hoch filmst hast du halten mg das hätte man ja auch machen können ja oder dass man halt irgendwie so langsam also gibt ja auch so waffen die schneller schießen und waffen die langsamer schließen also wenn du m4 mit einer hk vergleich hast du da ja auch schon unterschied und dass du da dann halt auch irgendwie langsamer jedenfalls anfängst aber dann halt auch weniger damage machst als andere zum beispiel schießt ja halt viel langsamer dann aber macht dann im vergleich halt mehr damage dass man das so hätte regeln können dann so ich weiß nicht ob das eine gute idee ist mama kalari im jungle jungle kalari hühnchen rupfen hallo du bist lustig als ob ich da jetzt rein springen wird ja warum nicht mal hinkommen ja auch scheiße ja aber immerhin ist kalari tot ja ja fast hätte ich den kill sogar gekriegt aber ich sehe ich habe mal wieder sieben es ist läuft die nämlich auch mal kann ich gar nicht zu wenig points es ist natürlich ja dann nehmen wir die der gar ein paar probleme da habe ich gerade direkt umgeschaltet als du den kill gemacht hast kam gerade an und dann war tot ja das war sehr erfrischend ich fühle mich gerade richtig frisch richtig frisch ich muss einfach mal wieder ein kill machen wir waren auch noch was kann ich überhaupt nicht verstehen stell dir vor bad ass die greifen auf jeden fall auch echt häufig zusammen als team an die gegner das stimmt es ist bis jetzt eigentlich jedes mal der fall gewesen hättest du mal lust mit in die mitte zu kommen und dort ein bisschen der mitsch zu machen also in der mitte bin ich aber ich gehe gerade support for so ein gefühl jetzt kann ich hier nichts machen weil der kalmari da rum rennte ich wollte hier diesen kalmar wollte ich sagen dann kam ich von kalari sagte kalmar und dann dachte ich ja kalmari so heißen die doch auch easy kein problem ich komme zu dir in die mitte ich bin leicht ich bin raus ich bin tot ich nicht ja gut aller kommen lieutenant büttchen und ihr mann mr murdoch zu zweit an masse nicht ja das ist eine gute kombi habe ich auch gerade zu spüren bekommen ja aber man sollte echt sobald man irgendwie sobald man irgendwie sieht dass man angegriffen wird gleich oder behalte im kampf drin ist so schnell wie möglich diese drohne aktivieren weil wenn die eine fähigkeit an machen dann kriegen die halt moment mal was kriegen die jetzt bei mir rein 188 damage kriegen die rein das ist schon nicht schlecht ja das stimmt ich brauche hier hilfe warum interessiert das keinen weil ich tot bin warum schlägst du so langsam zu ich habe mich ein bisschen mehr auf damage gemacht ich sehe es weil kalmera eine sehr hohe grundgeschwindigkeit hat deswegen braucht man gar nicht so viel auf speed gehen ja je schneller du zuschlägst du besser mit dem eigentlich ja ich habe ja eine karte die den so schnell macht dass der bei der ladezeit nicht mehr meine zahl steht ja gut dann schlag 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 sahne ich bin pazifist ich schlag jeden der gegen gewalt ist alter jetzt kommen die hier zu viert an Hilfe oh ich sehe es ich sehe es Mama gib mir Nudeln ich brauche Nudeln okay da kommen stein komm wir müssen die zurückdringen oh ja da ist was wo auch ist dran oh bado boom wo guckt ihr denn alle ihr könnt nicht mich vorlassen ich bin direkt neben dir was willst du ja aber ihr könnt nicht mich vorlassen als Magier ja was denkst du wie es mir geht aber wenn ich es nicht mache macht es keiner dann hängen wir hier noch morgen an der selben Stelle wieso haben wir denn noch keinen tank was ist das für heute was ist das für ein Team bitte ja wir haben 50.000 fernkämpfer aber wir haben nicht mal einen wir sind eindeutig nicht gut aufgebaut er sich lieutenant bitch nehmen war ja klar ähm muss ich halt zeigen ja das stimmt mission muss erfüllt werden oh ich habe ihn erwischt lieutenant bitch jawohl es ist Nummer 3705 also mein kill ist es nicht nur dass du beruhigt bist ne ich weiß den hat IG geholt ich habe aber versucht ihn zu holen ich auch deswegen habe ich mir ein bisschen zurück ich wollte ihn dir nicht wieder klauen aber das IG den bekommen war natürlich nicht geplant hauptsache er ist weg muss man eigentlich sagen so hallo niemand da Murdoch so links alles klar wobei ihr geht da schon mit 50.000 mann hin ja rechts müssen wir auch gleich hin da wollen die auch langsam vor so nach rechts oder was ja muss einmal hier aufbessern und dann komm ich Moment ich muss nochmal zurück jetzt komm ich wo wo sind die denn jetzt alle hin rechts ist jetzt nur noch rampage wollen wir den holen wollen wir holen warte 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 ist nicht allein wollen wir holen los holen alles klar oder nicht da hätten wir sowas von bekommen ja ich weiß aber der war nicht alleine da war nabisch aber der ist irgendwie weg und du weißt nabisch ist ein krasser supporter rampage an sich kann auch einiges deswegen wollte ich weiter zusammen jetzt nicht angreifen ach man muss auch einfach mal Butter bei die Fische packen ja aber das bringt dir nicht so viel wenn du dann weg bist doch dann hast du Butter bei die Fische jawohl und jetzt ihn hier Nudelt ihn alles klar tschüss Lieutenant bitch aber ich krieg halt irgendwie alles aus zieh doch zurück von hinten kommt nabisch ich versuch dir den hier abzuhalten wett da ist doch gar nichts der kommt gleich genau bei euch raus irgendwo an der Seite ja da ist er rückzug leute rückzug joo dabei 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 ich bin dabei bist du dabei wir sind dabei uns zu verlieren nö 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 genau so geht das Lied so und nicht anders tschüss auch ein kleines bisschen mächtchen dann habe ich hier ich helfe dir mal danke so das habe ich auch mein kleines fützchen gehabt hier kann ich gleich aufbessern dann lohnt sich das zurückgehen doch auch er geht vor mir auf die knie er will mir high werden das hat sogar gepasst ja ich glaube das wird nicht lange halten ja alles warum nicht weil kein wer mal selber hart ist meine arsch auch knallhart immer so scheiße das hier schon wieder lustig ist so hart da haust du einmal drauf da brichst du dir die hand ich könnte jetzt noch was anderes sagen aber das wäre auch ein bisschen hart haust du einmal drauf da wackelt nicht der Arsch da wackelt die Hand mach wett das ding oh shit stein kommt voll auf den Minion Alter und dann kriegt er die Keule ins Face oh nabisch hat echt gut geschluggelt nein ich hätte ihn haben können aber ich hatte kein mana mehr für meine ulti ich habe eine probleme ich bin tote hier müsste er jetzt heißen ja ja ist schwierig er hängt da hinten rum ja eigentlich muss ich halt echt irgendwie jemanden spielen der viel aushält also ich habe auch die letzten Runden die ich mal so nicht versterben die letzten Runden die ich mal so privat gespielt habe da habe ich auch echt viel mit tanken gespielt habe ich immer mit stil gespielt und das lief eigentlich auch immer echt gut also jedes mal wenn ich mit stil gespielt habe haben wir gewonnen dann habe ich einmal mit feng mau gespielt und direkt verloren oh ich bin halt auch einer von denen die dann einfach mal wenn es kein anderer tut rein rennen und einfach mal hallo sagen und das kannst du mit dem tank halt auch richtig gut und wenn du das nötige das richtige team dazu hast dann die dann dann mit ziehen die dann rauf gehen dann passt das auch ich könnte einen holen vielleicht auch zwei aber ich würde dabei sterben aber das muss ja nicht sein jetzt könnte man rauf hey warte warte aber der taktiker deswegen hast du auch immer so viele kills weil du der bist der hinten steht und erst mal keine ahnung einen noodles nee ich bin nun mal niemand der sich grundlos in kämpfe stürzt um zu sterben weißt du das bringt nichts ich versuche immer zu supporten oder halt einfach die gegner auszuschalten damit keiner mehr da ist der meinen leuten schaden kann das oder ich laufe da rein und sag YOLO und irgendwas passiert ich brauche Hilfe hier den Nigger Nabe ich komme du bist aber sehr sozial heute ich halte ihn auf wo bist du denn ich komme ich war doch in der base man jetzt lauf doch ich treffe ihn nicht mehr nein das kannst du mir nicht anschauen scheiße tu leid nein ich hätte gerade auch den kill von rampage haben können habe meine ulti gezündet aber Nabe stand halt direkt dahinter und dann in der eile ich habe halt so schnell geschossen dann ging der schuss natürlich auf Nabe schade digga das glaubst du nicht warte die spinne ne ja die sitzt oben rechts bei mir an der decke ähm ja ich wünsche dir eine gute nacht äh schöne träume und was man sonst noch so haben kann oh man ich höre gleich das luftgewehr raus dann ist sie weg aber ich habe auch ein neues fenster da noch ja kill alter wie sich doch einfach mal gehört was alter ich muss 100 sekunden warten was du los alter 100 sekunden ich hoffe die pennt da oben dann kann ich die oh fuck bin ich blöd dann kann ich die morgen einfach einsaugen nie okay das ist nice wie groß die ist ey er betrachtet sein haustier mit größe kenne ich mich halt aus lustig du bist ja auch der größte Depp nee dieser Konter war gut aber dass das ein Selbstgespräch war finde ich schade er kam vor allem ein bisschen langsam ich hatte überlegt scheiße wie kann ich da jetzt kontern was machst du da eigentlich gerade du stehst da einfach rum rum ich warte auf euch nicht ob 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 als ob der war gut der konnte einiges so ich kann gerade aber ich werde glaube ich nicht rechtzeitig ankommen hier hier ihr müsst ihr auf jetzt einen turm wow hält alter hi hi da ist er da ist er da ist er ich mach mal jetzt pass auf im jungle ist auch noch kalari drin ja ja den habe ich schon gesehen alles gut kalmari 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 nein die wollte ich haben ok nice rampage haben wir schon mal weg kommt die kriegen wir jawohl schön gemacht und der orb der rennt da rennt also ich bleib hier bei dem gebiet wo der rein soll mach mich doch unsichtbar falls der irgendwie zurückkommt ja ja das sieht man ja auch auf der map rechtzeitig wann er kommt ich kann springen ich komme schnell dran warte mal wir müssen links verteidigen da ist irgendjemand auf dem vormarsch von denen das können die minions machen ne wie sollen die minions das denn machen ich gehe dahin das ist Murdoch Murdoch hat mich einmal gekillt glaube ich ne das war kalari oh oh den dürfen wir nicht verlieren bitte nicht oh shit er ist drin nein mach ihn weg mach ihn weg oh das war wieder mal wieder eine Millisekunde die da dazwischen war nice wir haben den orb ich hatte es dir gesagt wir haben den orb alter geile stecher so soll es sein sorry ich habe gerade irgendwie so ein kratzen im hals eh das ist schlimm kein problem das stört in meinem video ja was willst du da machen wir sind ja auch menschen ab und zu manchmal wir sind eigentlich nur geisteskrank aber jo auch geisteskranke können menschen sein ok ok man wird es nicht glauben aber es ist machbar mir fällt auf dass die auch gar nicht mal so schlecht ist um den lane zu pushen wenn ich eher 1 mach und 4x zusammen ok gerade war ein bisschen misserfolg aber dann kriege ich eigentlich jetzt mit den orb ok der kann natürlich auch am orb liegen äh die minionwelle schneller weg als sie hallo sagen kann so dann wollen wir hier mal hallo sagen klopf klopf wie gehts so was alter drei leute von uns sind tot ok nice äh lass mal zurückziehen und neu formieren wir haben drei tote die haben jetzt nur noch zwei die haben jetzt sowieso erstmal ein paar problems dann müssen wir nicht auch noch unseren orb verlieren das muss man nicht schrauben das muss man nicht schrauben Nudelsalat alter ich habe einen punkt zu viel neeeeeeein das ist nicht ziemlich ist das nicht eigentlich ziemlich spät für dich wenn du morgen Schule hast ein bisschen ah das passt schon ja ja ich weiß gar nicht was ich morgen habe ja milfanta hat heute hitzefrei what the fuck das gibt es noch eigentlich nicht aber der rektor bei dem war krank und der co-rektor ist gechillt und hat dann gesagt komm hitzefrei ja gut kann man auch mal machen ja warum nicht wir haben noch nicht mal kältefrei bekommen als die straßen so dicht voller eis waren dass kein bus gefahren ist da hieß es warum kommt ihr nicht ja warum kommt ihr denn auch nicht bei uns hieß das dann immer ja damals sind wir auch acht kilometer mit dem fahrrad gefahren du ja eben oder wir sind gelaufen einfach nur um zu lernen haben wir uns eine schnecke umgebunden und sind direkt los so sah es damals aus nein da bin ich nochmal gestorben ja ohne zu sterben ohne zu sterben also jetzt nicht das spiel sondern den kern zu stellen ja er hat nämlich mit einem schlag hat er mich geholt ich habe alles auf den kern gehauen ja ich auch gerade oh was habe ich denn da für ein schönes gilt ich guck mir Waffen an du guckst dir deine Waffensammlung an wie im echten Leben joa war dann einfach nicht meine runde aber magier spielt sich halt jedes mal anders ne ja kommt auch immer vor dem hellen gut ich sag auf jeden fall von meiner seite aus danke fürs zusehen haut rein ja sag ich dann auch danke fürs zusehen haut rein ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann würde ich mich natürlich sehr über ein like freuen und abonnieren natürlich auch immer in letzter zeit läuft ja auch richtig gut also wäre echt nice wenn es da noch weiterhin gut laufen würde vielleicht sogar noch ein kleines bisschen man will ja auch nicht zu viel aber ich bin froh dass es jetzt funktioniert und oh shit will ich bin direkt krank 2 geworden jawohl und dann sehen wir sich auch hoffentlich im nächsten video tschüss tschau gut das hätten wir hättest du